ein schwarzwald wetterhäuschen ich verlinke euch unten mal sowas und zwar bei schönem wetter kommt die frau raus und bei schlechtem wetter ist der mann draußen ja wie ihr sehen könnt jetzt ist schönes wetter von daher ist die frau draußen ich verlinke euch das mal das ist ein sehr schönes produkt was man sich außen an die hauswand hängen kann muss aber überdacht sein da das holz sonst kaputt geht lasst ein abo da auf wissen for you